Meine Familie. Falls die Russen mich... Ich muss hier weg. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Wir sprechen ein andermal darüber. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden! Dann suchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Fegelein!